die superfrau aus dem reich der mitte eine der beliebtesten schwertkämpferinnen der eastern leinwand in ihrem ersten film in europa ching ching chung ist liefeng die einarmige schwertkämpferin ein film von ungeheurer spannung von erstklassiger artistik mit unglaublichen gags liefeng die einarmige schwertkämpferin ein höhepunkt der gelben erfolgswelle eine frau aus stahl ihr schwert bedeutet für jeden gegner den tod liefeng die einarmige schwertkämpferin gut wie du willst ich tue es aber denk daran danach können wir keine freunde mehr sein sondern feinde die einarmige schwertkämpferin die 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 einarmige schwertkämpferin die die